Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Börsen-News-Update bei uns auf dem finanzfähigen Kanal. Wir haben heute einige sehr interessante Themen, unter anderem Xiaomi, Krenke, Nordex, auf die wir später eingehen werden, aber wie es kennt, starten wir erst einmal rein mit den Leitindizes. Zuerst einmal hatten wir ja gestern beim DAX ein neues All-Time-High hier bei den 15.311. Heute, morgen, wurden wir wieder so ein bisschen abverkauft. Das Ganze hängt, wie gesagt, einfach mit den unsicheren Stimmungen rund um die eventuellen erneuten Lockdown-Beschränkungen zusammen, die wir ja wahrscheinlich bekommen werden. Wir haben natürlich auf den deutschen Märkten die positiven Vorzeichen aus den USA. Biden hat ein riesiges Konjunkturpaket wieder in Billionenhöhe versprochen. Dazu eben kommen auch noch relativ starke Wirtschaftsdaten generell aus den USA rund um den Arbeitsmarkt, aber eben auch den Einzelhandel beispielsweise. Aber wie gesagt, hier eben in Deutschland, es kommt kein neuer Aufschwung. Die Leute lassen sich zwar nicht sehr von diesen Sorgen beeinflussen, es gibt aber auch keine Kaufimpulse, daher eben hier der leichte Abverkauf, den wir jetzt hier sehen. Wir sind heute Morgen ungefähr roundabout null, daher hier eben keine wirklichen Bewegungen. Wie gesagt, Dow Jones gestern auch leicht abverkauft worden. Aktuell ist eben die Lage so, dass in Amerika jetzt bis zum 19. April jeder US-Bürger ein Impfangebot bekommen haben sollte. Laut US-Regierung. Das Ganze sieht einfach so aus, dass die USA hier natürlich wirklich einfach besser aufgestellt sind als wir. Gerade dazu kommt jetzt, dass Moderna heute Morgen angekündigt hat, dass sie ca. 900.000 Dosen weniger im April liefern könnten, als sie angekündigt hatten. Aufgrund von Lieferengstops hier für Europa, was natürlich auch eben nochmal einen Rückschlag bei uns gerade bei den Impfungen bedeutet. Hier machen es die Amerikaner einfach wesentlich besser. Die kommen damit wesentlich besser durch. Daher eben hier heute Morgen eventuell auch wieder bessere Zahlen zu erwarten, wenn wir jetzt ein neues Opening haben. Ansonsten hatten wir auch heute Morgen nicht unbedingt die stärksten Zahlen aus dem asiatischen Raum. Wir sehen schon hier im Hang Seng haben wir auch ein leichtes Minus gesehen, genau wie im Shanghai Composite. Im Nikkei haben wir mit 0,12% auch keine wirklich großen Veränderungen gesehen. Das kann man dazu sagen, aktuell gerade hier in Europa stehen natürlich die Sorgen groß vor einem erneuten Knockdown. Im Rest der Welt haben wir natürlich ansonsten auch die fortschreitenden Impfkampagnen, wo man einfach absehen muss, was da demnächst rauskommen wird. Wir gehen dann auch einmal direkt auf die News rein rund um die Aktien. Hier sehen wir jetzt einmal Nordex. Die haben jetzt einen riesigen Großauftrag angekündigt. Nach diesen unglaublichen Kursgewinnen, die wir hier einmal sehen, das sind jetzt hier wirklich seit Anfang März fast 50% gewesen, die wir gemacht haben nach oben. Das Ganze sieht so aus, dass es hier ein klassisches Southern News war, minus 6%. Und zwar hat Nordex einen neuen Großauftrag über 12 Turbinen, die sie eben für zwei Windparks liefern werden, in Finnland bekannt gegeben. Dieser Deal bezieht sich auf über 30 Jahre Servicewartungen, die dort eben mit dazukommen. Das bedeutet eben hier für sie ein neuer Großauftrag, die Nordex ja wirklich wie am laufenden Band heranzieht. Daher hier eben eine sehr starke Stellung für die Firma. Jetzt natürlich wieder eine kleine Korrektur nach so einem 50%igen Kursanstieg. Ist das ganz normal, ist auch gut für den Kurs, wenn hier eben nochmal Kraft gesammelt wird, eben nach einem kleineren Abverkauf und sich danach eben die Reise weiter nach oben setzen kann. Dann kommen wir einmal zu Xiaomi. Die haben ja jetzt Ende März sehr viele neue Geräte vorgestellt gehabt. Wir haben hier wirklich in allen Sparten des Unternehmens neue Technik gesehen, die eben hier auf den Markt gekommen ist. Wie ihr es wisst, wir haben ja auch eine Xiaomi Aktienanalyse hier auf dem Kanal. Gerne mal vorbeischauen. Xiaomi ist ein Unternehmen, was unglaublich viele Produkte vertreibt. Jetzt hat das Unternehmen aber selber angekündigt, eine Tochterfirma zu gründen. Diese Tochterfirma soll sich eben auf die E-Mobilität fokussieren. Das Ganze ist sehr interessant, weil Xiaomi hatte vor einigen Wochen, beziehungsweise Anfang März, diese Gerüchte noch dementiert und meinte, das wäre nicht ihr Plan. Jetzt hat eben der Gründer selber und der aktuelle CEO bekannt gegeben, dass er sich auch an dieser Firma sehr stark beteiligen wird. Er selber möchte hier im Management mitarbeiten und diese Firma nach vorne bringen. Das Ganze wird so aussehen, dass diese Firma jetzt wahrscheinlich an der Hongkonger Börse gelistet wird. Dort gab es eben auch schon eine Anfrage eben bei der Börsenaufsicht. Die Firma soll am Anfang mit 1,5 Milliarden Kapital ausgestattet werden, die eben Xiaomi hier investiert. Das Ganze soll dann auf über 10 Jahre, auf über 10 Milliarden gesteigert werden, was dann hier eben einen neuen Player in der Automobilindustrie, gerade in der Elektromobilität eventuell hervorbringen könnte. Wird sehr interessant. Xiaomi ist ja für sehr interessante Technologien und eben auch für eine sehr interessante Unternehmenspolitik bekannt geworden. Daher, wenn wir hier neue News haben, werden wir euch gerne darüber updaten. Das ist jetzt das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen können. Da sind wir sehr gespannt drauf. Als letztes haben wir dann hier noch einmal Grenke. Und zwar haben wir auch in unserer Grenke-Aktienanalyse damals gesagt, wir gehen darauf ein, wenn der Zeitpunkt für die Zahlen bekannt ist. Für alle, die es jetzt nicht wissen sollten, Grenke hatte hier im letzten September Bilanzskandale. Grenke ist ein MDAX-Unternehmen, welches sich eben mit Leasing und Finanzierungen beschäftigt, hat auch ebenfalls eine Banklizenz. Das Unternehmen wurde danach extrem stark abverkauft. Als dann am Anfang, beziehungsweise hier Anfang Februar noch der CEO zurückgetreten ist, gab es eben sehr große Verunsicherung bei den Anlegern. Die BaFin hat daraufhin eine Sonderprüfung durchgeführt. Bei dieser Sonderprüfung kam auch schon raus, dass es wahrscheinlich keine Bilanzverhälschungen gab, eben nur in der Bilanz Fehler gab. Diese sind anscheinend jetzt bereinigt. Und Grenke selber hat angekündigt, jetzt eben dann Ende April, und zwar am 30. April, diese Bilanz für 2020 veröffentlichen zu wollen. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass diese Bilanz dann wahrscheinlich erstmal für das 2020er jetzt wirklich dann am Ende rauskommt und wir jetzt hier eben wirklich die klaren Zahlen sehen, wie das Ganze aussieht. Wir kommen dann noch einmal zu einer Aktie, die zuletzt auch unglaublich stark von eben den Lockdowns profitiert hat. Und zwar kommen wir hier noch einmal zu der Aktie von Shopapotheke. Shopapotheke hatte nämlich jetzt erste Hochrechnungen bekannt gegeben zum ersten Quartal von 2021. Und zwar hieß es, dass der Erlös wohl um ganze 22,5% gestiegen ist. Ebenso hatten wir einen Neukundenanstieg von 1,8 Millionen, jetzt nur wirklich in dem ersten Teil von 2021. Aktuell hat damit jetzt Shopapotheke fast 7 Millionen Kunden, beziehungsweise 6,8 Millionen, die eben hier wirklich aktiv auf der Plattform einkaufen. Natürlich hat die Aktie jetzt noch einmal unglaublich davon profitiert, dass wir eben in den Lockdown gegangen sind und könnte jetzt auch noch einmal ebenfalls sehr stark davon profitieren, falls es noch einmal erneute Beschränkungen geben sollte, weil es dann eben so ist, dass das öffentliche Leben ja runtergefahren wird. Natürlich ganz klar zu sehen bei Shopapotheke, die sind natürlich immer welche, die sehr stark davon profitieren, wenn die Wirtschaft eben heruntergefahren wird und wenn es eben wieder zu neuen Beschränkungen kommt. Ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich soweit heute von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Morgen am Donnerstag sehen wir uns dann zum nächsten Daily und zu einer neuen Aktienanalyse. Das war es soweit von mir. Ciao.